so hallo und herzlich willkommen hier ihr seht es hier finale conference finale gegen inter miami cf geht es hier los ja machen so es geht hier um alles gut durchgesetzt bradley mal die tore in einer guten gewohnten position schön auf gallardo den wuchtigen kopfball ins tor setzt schnelle führung kein kopfball mit fuß gegen die laufrichtung sehr schön gemacht sein zwölftes das in der sechsten minute hier in diesem konferenz finale da 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 und jetzt fällt er hinten da 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 Okay, abseits. Schade. 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 Ja, bis auf den einen Vorstoß kommt jetzt zu wenig. Man lasst hier Miami zu sehr spielen. Vielleicht jetzt. Oh, der geht zurück mal, Winger. Schade. 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 Das war ja nix, da hat man sich nicht beirren lassen. Schön. Wenn der durchgegangen wäre, hätte es vielleicht wieder geklingelt. Wenn der durchgegangen wäre, hätte es vielleicht wieder geklingelt. Wenn der durchgegangen wäre, hätte es vielleicht wieder geklingelt. Wenn der durchgegangen wäre, hätte es vielleicht wieder geklingelt. Delgado. Ja, sie wollen jetzt das Tor, das eine noch. Oh mein Gott. 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 No. Ja, es war nicht drin. Hmm. Boah, was für Reflexe. Nein, das wollte ich eigentlich nur blocken. Nein, das war nicht drin. Nein, das war nicht drin. So, das wird es dann aber bald gewesen sein. Jawohl, man gewinnt hier knapp 1 zu 0, 0 zu 1 auswärts. Durch dieses Goldtor hier, das zeige ich nochmal her. So, bleibt dran. Mal sehen, wie es weitergeht. Ob es das jetzt endgültig war. Endrunde. Endrunde steht an, das kommt aber das nächste Mal. Ich bin der Fangamer, macht das gut. Bis dann. Ciao und baba.